So Leute, seid ihr bereit für die Achterbahn? Los geht's! Achterbahn! So Leute, jetzt geht die nächste Fahrt durch die Luft. Wir mussten diese Sache erstmal kurz hier beenden, weil 33 Menschen gestorben sind, wegen einer Fallspitze, die aus dem Boden ragt. Und ja, da wollen wir uns entschuldigen, das wird auf jeden Fall nicht wieder geschehen. Und ja, eigentlich könnte es ja jetzt weitergehen. Okay, dann machen wir jetzt weiter, oder? John? Ja, weiter. Okay, dann machen wir weiter, alles klar. Okay Leute, alle in die Achterbahn, auf ein neues. Das ist eine COME-ksi-Karte. Ich bin ein neues. rilb